Hallo, mein Name ist Jennifer Schotter. Ich koordiniere das Projekt ProfiLife und das Patenschaftsprogramm Menschen stärken Menschen für den Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Osnabrück. Das Projekt ProfiLife ist eine Schnittstelle zwischen Schule, Elternhaus und Migrationsberatung. Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt vor allem in der Vermittlung von Lernpaten zur außerschulischen Lernförderung für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund. Das Patenschaftsprogramm Menschen stärken Menschen beinhaltet die Bildung von Patenschaften zwischen interessierten Ehrenamtlichen und den Migrationsfamilien. Dieses Programm wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Die Ausgestaltung der Patenschaften kann ganz vielseitig sein. Es kann zum Beispiel eine ehrenamtliche Lernförderung sein für Kinder und Jugendliche, aber auch die gemeinsame Freizeitgestaltung oder aber auch genau das, was ihr gut könnt und mit den Familien gemeinsam erleben und erarbeiten möchtet. Wenn ich nun dein Interesse geweckt habe und du Teil unseres Projektes oder unseres Patenschaftsprogramms werden möchtest, dann nimm Kontakt zu mir auf, damit wir ein erstes kennenlernen vereinbaren können.